Episode 9 VMware bei Broadcom und worum geht es heute? Heute geht es um die Partner-Only-Session vom Montag, 11. Dezember 2023. Die NDA-Session, darüber können wir nicht wahnsinnig viel erzählen. Es gab aber eigentlich auch nicht wahnsinnig viel mehr Details, als das, was im Blogpost von Broadcom kurz drauf veröffentlicht wurde. Es gibt ein paar mehr Infos, die die Partner bekommen haben, die werden aber in den nächsten Tagen auch an die Kunden rausgehen. So, was ist jetzt wichtig für mich als Kunde? Also, wichtigste Aussage wussten wir schon, beziehungsweise haben wir schon vorhergesagt. Das Thema, es geht alles nur noch um Cloud Foundation. Machen wir ein gesondertes Video zu den Produktpaketierungen. Was aber auch jetzt wichtig ist, keine Perpetual-Lizenzen mehr, also sprich, keine Kauflizenzen mehr, keine SNS-Verlängerung mehr. Also, wenn ihr nicht aktuell unter Support steht und verlängern wollt, könnt ihr vielleicht wahrscheinlich schon gar nicht mehr tun. Wenn ihr Glück habt, geht es noch, aber dann seid schnell. Ende von HPP-SPP-Credits. Das heißt, wenn euer Unternehmen noch HPP-SPP-Credits hatte, dann wird VMware auf euch zukommen, damit ihr darüber sprecht, wie das Ganze aufgelöst wird. In Zukunft nur noch ein Subscription-Modell. Ob es davon irgendwelche Ausnahmen für Kritis-Umgebungen oder Ähnliches geben wird, wird sich noch entsprechend zeigen. Ganz wichtige weitere Info, es wird ein Bring-Your-Own-Subscription-Modell geben. Das heißt, in Zukunft können Kunden ihre Lizenzen von On-Prem mit zu entsprechenden Hybrid-Service-Provider nehmen. Ob das für alle VMware Cloud-Provider gelten wird, wissen wir noch nicht. Hier kommen die nächsten Details noch in den nächsten Tagen. Es bleibt auf jeden Fall, denke ich, bis Weihnachten noch verdammt spannend. Hier wird es noch viele Neuerungen geben. Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir auch gerne dazu. Wenn ihr einen Partner braucht, der euch helfen kann, weil eurer gerade mit der Situation überfordert ist, auch dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Aber die meisten Partner sollten vorbereitet sein und sollten es eigentlich auch gut hinkriegen. Bis dahin, im nächsten Video mehr zu den Editionen. Bis dahin, im nächsten Video mehr zu den Editionen.